...zu sagen, nach allen 45 Gespannen bei den Einschwetter-Ponys international hier in Minden zu verkünden. Und ja, der Marathon, so sieht es erst mal aus, ist an Frankreich hier gestiert, an Herr Lefond, für 1595, 2, 1, knapp gefolgt von der deutschen Mannschaftsfahrerin Sandra Geschäfer. Sie sind im Marathon auf dem 2. Platz, Sedvek Geschäfer auf Gang 3 und Marissa Schülin aus den Niederlanden auf dem 4. Platz. Martin Völle ist auf Gang 5 im Marathon. Fabian Genzi, der deutsche Meisterin für Zulieger, steht auf Platz 6. Der nächste Rang für Marilla, nein, für Philippa Ho aus Großbritannien, Rönum, und Marilla Brenner, Deutschland, auf Gang 8. Der neue Rang für Robert Buck, ebenfalls großbekannte Great Britain, und der nächste Platz, der ganze Rang für Tony Casimir.